Digitale Zukunft Die österreichische Bundesregierung erarbeitete im Jahr 2020 die Breitbandstrategie 2030. Ziel des Masterplans ist es, eine flächendeckende Versorgung von ganz Österreich mit Gigabit-fähigen Breitbandanschlüssen herzustellen. Für Breitbandinternetzugänge eignen sich Leitungssysteme wie Koaxialkabel, also Kabelfernsehnetze und Glasfaserkabel. Aufgrund der Schirmung bei einem Koaxialkabel sind im Gegensatz zu einem Telefonkabel von der Entfernung unabhängig höhere Bandbreiten, also Geschwindigkeiten, möglich. Weiters wird das TV-Signal getrennt vom Internetsignal übertragen. Das schnellste Übertragungsmedium sind derzeit Glasfaserleitungen. Hier erfolgt die Datenübertragung über optische Lichtsignale und so sind Geschwindigkeiten über 100 Gigabit pro Sekunde möglich. Wo das Leitungsnetz nicht hinreicht, wird mit Funk gearbeitet. Aktuell erfolgt die Umstellung von LTE auf 5G. Digitale Zukunft. Präsentiert von der Salzburg AG.